Musik Hallo, beautifuls, der Draus und Pando. Ihr Lieben herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich habe immer Angst, dass ich einen roten Lippenstift trage, dass ich rot sehen darf. Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es ist wieder Verlosungszeit. Yes, ich habe die Steffelbox hier. Und sie ist pralle gefüllt. Wieder pralle gefüllt. Da wir uns ja mit großen Schritten quasi schon auf den Herbst zu bewegen. Zu bewegen? Zu wegen? Hä? Da wir uns mit großen Schritten auf den Herbst... Ach egal. Es ist bald Herbst. So, Punkt. Mit großen Schritten. Ja, habe ich ein bisschen auch was Herbstliches hier reingetan. Hm, freut euch. Steffi hat wieder hier keine Kostenumüge. Toll. Was nützt es denn, wenn ihr hier, ich sehe es gerade, wenn ihr hier die Preise abfrimmelt, wenn es auf dem Karton gedruckt ist? Super! Ey, super! Super, 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 super! Ja, ich habe mich wieder hier nicht lumpen lassen und ich habe mal gepackt. Und ich habe hier als erstes drin... Jetzt muss ich mal eben gucken. Oh. Nein. Ja. Bleibt mal eben dran. Das kann ja kein Mensch ahnen hier. Hab ich schon drauf geguckt aufs Date? Ha! Ach, bleibt doch mal dran, Mensch. Bleibt doch dran. Ich wollte euch eigentlich was zu trinken geben, aber funktioniert nicht. Ist abgelaufen. Habe ich nicht gesehen. Hier der Marte Marte, ne? Marte Marte D. Ne, ist abgelaufen. MHD 15.8. Ja, passiert. Wenn ich das so in meine Steffi-Boxen habe, in den Tüten passiert das. Naja, ich habe jetzt was anderes reingetan und dafür fangen wir an. Und zwar was zum Duschen. So, von Far, Cream & Oil, Kakao, Kakaobutterduft, milde Formel. Da fällt mir an, ich muss mal wieder zum Action. Ähm, ja. Da hole ich nämlich auch immer gerne was für die Steffi-Boxen und für meine Maskenwoche. Da, Maskenwoche ist ja eh immer so ein bisschen pflegend und so, ne? Genau. So, das haben wir jetzt da drin. Dann habe ich noch so ein kleines Kuscheltier genommen. Ähm, ja, Kuscheltier doch, kann man so sagen. So ein kleines Kissen mal reingetan. Ähm, ja, das hatte ich gewonnen. Haha, da war ich nämlich richtig gut mit diesen Greifarmen, ne? Als wir im Urlaub waren. Ich habe einfach mal einen Euro reingeschmissen und habe sofort, glaube ich, zwei oder drei von diesem Kissen rausgezogen. Da hat es schummelt. Ich habe gesagt, ich habe nichts für. Ja, äh, das ist mit dabei. So, für die Kleinen. Für die Großen habe ich mir aber was reingetan. Von Schebens Augen- und Lippenmaske. Lippenmaske. Liftingkomplex. Reduziert Falten. Glättet und strafft. Mit Q10. Das sind so vier Sachets. Ähm, ja. Kann man sich einfach auf die Augen aufmachen. Dann da drunter und auf die Lippen. Ne, auf die Lippen. Nicht da drunter. Drumherum. Um die Lippen drumherum. Meine Güte, Stefanie. Was ist hier heute los? Ja, dann habe ich auch noch was für die Kids reingetan. Nämlich diesen Handspinner. Der eine oder andere wird diese Dinger kennen. Ne. Die packst du dann hier irgendwie auf den Finger. Und ähm. Oder keine Ahnung. Na so. Und dann hä. Und dann kannst du ja glaube ich auch hier auf den Finger nur. Und ja. Die Kinder haben Spaß daran. Weiß ja liebe Gott warum. So ist es normal. Handspinner. Ähm. Der ist mit dabei. So. So. Ähm. Es hatte sich ja mal eine damals mal nicht gemeldet. Die glaube ich die. Ich glaube das war bei der Maskenwoche gewundert. Oder war. Kam nichts. Deswegen habe ich auch wieder hier von was dann rein getan. Von Dalton hatte ich ja noch was. Und das ist das AHA Peeling. Ich benutze ja keine AHA Peeling. So BHA oder keine Ahnung wie sie alle heißen. Das ist so ein kleines Sachet. Einfach mal zum ausprobieren. Das gebe ich mit in die Steffi Box. Ich muss mal gucken. Ich dachte da wird schon wieder jemand was von mir. So. Dann habe ich reingepackt. Einen Lippie. Und zwar von Essence. In der Farbe. Weiß ich nicht. Liquid Lipstick. Flüssiger Lippenstift. In der Farbe 06. Make a Statement. Überdoppelt machst du auf jeden Fall ein Statement. Ne. Es ist eine schöne Farbe. Ähm. Ja. Was willst du da jetzt noch zu sagen. Ne. Das ist ähm. Kein Lippenstift. So wie es hier aussieht. Das ist halt so ein Applikator. Genau. So. Dann habe ich natürlich auch. Ähm. Muss mal eben schütteln. Wegen der Farbe. Äh. Von Catrice. Einen Nagelack reingetan. In der Farbe. Ultimate Nel Lacoeur. In der Farbe 105. Go for Gold. Finde ich. Eine sehr schöne Farbe. Jetzt so gerade wenn es in den Herbst geht. Ne. oder ähm. In dem Winter. Weihnachten. Ja. Ein paar Ohrringe habe ich euch auch mit reingetan. Sind hier in diesem Säckelchen drin. Ich hatte ja vorhin ja auch den ähm. Schmuck Adventskalender den ich übrigens sehr schön fand. Muss mal gucken dieses Jahr. So. Ich zeige mal euch eben welche da drin sind. Oh. Na. Kommst du raus. Aber die Nüppels. Die muss ich weiter ähm. Ähm. Die müssen wir wieder rein tun. Sonst sind sie nämlich gleich weg. So. Und das sind einmal ähm. Ganz normale Stecker. So in. Ja. Mit Brillis. Ja. Und dann einmal in Gold. So Herzchen. Genau. Ja. Und dann haben wir halt ähm. Gumminüppels hierbei. Und dann halt ganz normale. Ja. So. Da kann man sich dann entscheiden. Ich hab mich schon immer für diese Gummis finde ich gar nicht mal so unübel. Ja. So. Was haben wir denn noch hier drin? In der Steffi Box ist hier noch drin von Essence ein Eyeliner. Genau. 2 in 1 Eyeliner. Der hat ja einmal oben diese ähm. Dünnere Spitze. Und auf der anderen Seite diese Stempelspitze quasi. Ja. So. Dann ähm. Gibt's. Ne. Das machen wir mal zum Schluss. Das machen wir mal zum Schluss. Wir sind jetzt mal hier. Äh. Feuerzeuge. Feuerzeuge kannst du immer gebrauchen. Egal ob du rausst oder nicht rausst. Alleine schon mit den Kerzen. Äh. Jo. Elektronische Feuerzeuge. Nachfüllbar. Ist so ein Dreierpack mit drin. Genau. So. Dann ähm. Habe ich was drin. Ich musste das einfach mitnehmen. Weil. Mich hat das vom Namen irgendwie angesprochen. Ich war mal bei unseren Norma drin. Der hat ja neu aufgemacht bei uns hier. Und ähm. Ja. Da hatten sie Mutschelmehl. Kennt einer von euch Mutschelmehl? Ich hab das noch nie gehört. Also nicht wundern. Äh. Ich musste jetzt hier Tesa drauf machen. Weil ich ja den Preis abgeknibbelt habe. Da hatte ich ein kleines Loch drin. Und dann geht das Mutschelmehl raus. Also es ist irgendwie nicht mehr weiß wie alt und trellerland ist. Es ist noch bis 2.4.24 haltbar. Ähm. Mutschelmehl. Aus krustenfreiem Weißbrot. Fein gemalt. Ich hab das noch nie gehört. Das ist das Wort. Ich fand's irgendwie geil. Das ist äh. Da kannst du ähm. Leberspätzchen. Nocker. Knödel. Ähm. Zum überbacken kannst du das nehmen. Zum panieren von Schnitzeln. Hackfleischmassen. Äh. Kuchen und Süßspeisen. Für einen lockeren Kuchenteig. Also Mutschelmehl. Ja. Was da mal was Neues in der Nevi Box. Mutschelmehl. Ja. Kannst du machen. So. Äh. Wir machen nun lustig weiter. Wir machen lustig weiter mit einer Maske. Ähm. Mit einer Crememaske. Hi Honey. Hey Honey. Hey Honey. Muss man bis kurz schnell hier. Hey Honey. Äh. Uncover Detoxifying Mood Mask. Ähm. Ja. Das ist so eine kleine Maske. Und die packe ich euch einfach mal mit rein. Die ist nämlich noch zu. Und das finde ich nämlich sehr gut bei solchen Masken. Dann kippt die die auch nicht so irgendwie so schnell. Man muss halt ein bisschen schütteln. Weil sich das so. Ähm. Ja. Wenn es so liegt mit der Zeit voneinander trennt. So. Haben wir noch ein Lippie? Haben wir noch ein Lippie. Ja. Space Glow von Essence. Den Color Changing Lipstick. Jo. Den hab ich schon mal gehabt. Deswegen. Ich hatte den jetzt mal in der Box drin. Hab den aber schon gehabt. Das ist ein farbveränderter Lippenstift. Färbt die Lippen pink ein. Jo. Wer den noch nicht hat. Freut sich drüber. Ja. Was haben wir denn noch? Haben wir noch ein Nagellack? Wir haben noch einen Nagellack. Und zwar noch einen von Catrice. Äh. In der Farbe... 122 No Exit. Also so Eierschalen. Keine Ahnung. Grau? Weiß? Suchst du aus. Irgendwie so. So. Äh. Dann hab ich auch noch was zum Duschen hier reingetan. Von La Cura. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr beim Lidl seid. Das haben sie jetzt neu reingetan im Programm. Gibt's mehrere Duftsorten. Jo. Und das ist jetzt Harmonie schäumendes Duschgel mit Magnolie und Mandel. Ich liebe ja diese Duschgele. Diese Schäume, ne. Das ist einfach genial. Ja. So. Ich stell das mal hier hin. Dann ähm. Haben wir hier noch was zum Naschen drin. Und zwar so ein Big Pack. Wir haben ja im Moment bei uns. Also ich denke bei Bab-All-Lidl wird's das geben. Diese 50 Jahre. Und da ist das immer so in den 70ern gemacht. Extra große Fruchtgummibären. Jo. So. So eine richtig geile große Tüte, ne. Wie viel Gramm? Bescheidig. 300 Gramm. Hahaha. Es muss aber vieles sein. So. Dann ähm. Habe ich noch zwei Masken hier rein. Ne. Das ist keine Maske. Das sind Hydrogel-Augenpads. Von Cadea Vera. Hydrogel-Augenpads. Lovely Roses. Genau. Und noch eine Maske. The Beauty Mask Company Body Mind Soul. Schön für mich. Tuchmaske Feuchtigkeit mit Wasser-Lilie ist auch dabei. Dann habe ich ein paar Servietten mit rein getan. Von Floralis. Jo. 30 Stück sind da drin. Drei Lage. Ich mache eine ganz andere Farbe zum Grillen und sowas. Immer Servietten. Ja. Dann habe ich hier noch was drin. Moment. Das ist auch mal eben geschüttelt. Äh. Von MAC. Habe ich was rein getan. MAC Dazzle Shadow Liquid. Ähm. Ja. Das ist ein Liquid Eyeshadow. Wundert euch bitte nicht. Ich habe den noch nicht gebraucht. Und ähm. Der ist auch nicht irgendwie schlecht oder irgendwie sowas. Hier haben wir hier nur so ein kleines ähm. Ähm. Wie willst du das sagen? Kleines Dings kommt drin. Ähm. Der sieht ähm. So aus wo du denkst. Och mein Gott. Der ist schon. Wer weiß wie gebraucht. Nein. Haben wir ein paar Mal rausgezogen und reingetan. Also er ist jetzt ne. Nicht schlecht. Er riecht noch gut. Von MAC. So ein Liquid Eyeshadow. Aber ich brauche den einfach. Ich brauche den einfach nicht. Deswegen. Geht der dann auch mal weiter. Der ein oder andere kann wahrscheinlich gebrauchen. Ja. Dann habe ich noch eine Lidschattenpalette hier drin. Und zwar diese hier von Pinkbox mit Steve Laurent. Ja. Ähm. Also die Verpackung war ja so. Aber wir haben irgendwie immer dasselbe da drin. Und ähm. Gefühlt habe ich die schon gehabt. Aber ich glaube in einer anderen. In einer anderen Farbkonstellation. Und ich habe einfach diese Farben auch zu genüge in anderen Paletten drin. Äh. Weder geswatcht noch sonst irgendwas. Was. Also ähm. Habt Spaß damit. Ne. Habt Spaß mit dieser Palette. Steve Laurent ist jetzt ja. Oh. Auch keine günstige Palette. Und diese kleine kann man auch immer für unterwegs dabei haben. Ne. Dann machst du hier immer schöne Looks mit. Jo. Und zu guter Letzt habe ich noch was für den Garten. Oder für die Terrasse. Oder für den Balkon. Egal. Nämlich diesen kleinen Onkel hier. Oh. Oh. Ja. Den lustigen Dekopilz für den Garten. Das ist der Willi. Das ist der Willi. Und den Willi könnt ihr euch in den Garten stellen. Oder wo auch immer ihr wollt. Der passt auch gut hier auf die Fensterbank. Jetzt so gerade für ein Herz. Ne. Als Deko. Jo. Power Garden. Mhm. Äh. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Handbemalt. Witterungsbestellig. Nur für Dekoration. Quecke. Material. Porzellane. Beim Hinterbürtchen jetzt nichts draußen lassen. Dann geht er nämlich kaputt. Aber der Willi ist noch mit dabei. Und das war die Steffi Box. Und ich glaube ich muss einen größeren Karton dann nehmen. Das war die Steffi Box. Oh Jungen schlag mich tot. Ja. Falls ihr mitmachen wollt. Äh. Und diese Box gewinnen wollt. Dann schreibt mir doch unten einen netten Kommentar. Mit dem Hashtag Willi. Der Hashtag Willi. Hashtag Willi. Und ihr seid bei der Verlosung dieser Steffi Box dabei. Also ran an die Buletten. Und zacka zacka. Ich wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Ticken Knutscher. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Hashtag Willi. Nicht vergessen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.